jo leute herzlich willkommen zu einem neuen part shellchalk live ja ich habe eigentlich eine ganz gute position ja ich auch mal gucken was für waffen gibt ich guck mal ob ich helikopter strike irgendwie treffe das hoblet weiter erwischt ein bisschen leiser machen ja ich könnte eigentlich eine grenade ja jetzt nicht mehr das sollte ich hinbekommen okay die flower verkackt ich habe mir eine grenade ich mach magnets nein nein 98 damage konzentrierst du dich mal mit auf den vorne damit wir den shower down haben oder hast du die bahn für den hinteren ja eigentlich schon ja ja dann geh lieber auf den hinteren jetzt musst du überlegen was ich setze genau neues update es gibt jetzt das schwarze loch da oben das verändert die flugbahn ziemlich stark weil der in dem kreis der da ist okay interessant habe ich auch noch nicht gesehen weil ich habe das update noch nicht gespielt okay jetzt muss ich mir auf den feuerer gehen das ist jetzt mal feuerlich glaube ich habe zu weit geschossen auch nicht zu kurz ja es trifft noch ja ich war ja noch nicht treffen können aber ich würde ja genau wahrscheinlich wurde ich in das loch geportet also ich mach mal erdbeben okay mal mit dem trick weil wenn man 186 schießt kommt man genau an dieses am ende dieses zielkreises so ok jetzt heißt unsere position schon wieder ein bisschen besser ich habe halt immer noch keine guten roffen ja ich auch nicht oh die flasche schaden ich mach mal kriegs geht es so sollte hoffentlich bitte nein ich habe eins falsch gemacht ich habe echt nur noch schlechte waffen ok bei mir ich bin da ja er fahr mal in das kästchen in dem du schon drin stehst so halt bewegt dich mal ein kleines bisschen ja okay nur schlechte waffen bekommen alle ist ja viel zu weit geflogen ja dann muss bei dem hoverball muss man immer 8 schwächer schießen als normal ach komm okay nochmals 16 damage ich glaube das verlieren wir ja Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Ich halte es behalten. Das ist gut, wenn es schwerer wird, John. Heißt, wir müssen jetzt nur das Ziel treffen? Ja. Egal welche Waffe? Ja. Wenn man nicht trifft, stirbt man oder was? Ja. Und zum Beispiel so eine Glock oder so, die schießt ja immer geradeaus. Das sind halt so die besten Waffen dafür. Die würde ich halt dann immer behalten, bis was Schwieriges kommt, was schwer zu treffen ist. Am Anfang sind die Ziele noch groß, aber die werden dann immer kleiner. Ich habe eigentlich noch ganz gute Waffen diesmal. Ja, ja. Warte. Ich kann mich jetzt auch nicht beschweren. Und ich habe noch eine Glock. Okay, das ist jetzt ein sehr schweres Ziel für dich. Auf jeden Fall. Da würde ich jetzt auf keinen Fall mal schießen was. Zum Beispiel Sprayed. Zum Beispiel ein Breaker. Ich schieße einen Hoverball. Aber mit dem kann ich sonst nicht gescheit zielen. Easy. Alles klar. Himmelringe auch mal wissen. Das kann man skillen. Okay. Wo skillt man das unten oder was? Ja, bei Luck. Okay. Ich habe mir schon fast gedacht. Spaß. Ja, wahrscheinlich schieße ich mir Spaß. Ja. Gauen. Okay, für dich. Ja, eigentlich ganz leicht. Relativ. Ja. Ist auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichsten. Ey, das war mal ein Portal-Trick. Okay. Dann wird es jetzt schon 11 Mal schwieriger auf jeden Fall. Aber bis jetzt läuft es ja ganz gut, muss ich sagen. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen weiter weg. Ja, da kann man schon mal einen Rainbow schießen. Ganz so easy. Okay. Funktioniert hier eigentlich auch sowas wie Death Weight? Ja, ja. Heißt, es trifft dann auch automatisches Ziel? Ne, es trifft dann mich. Den Gegner halt. Okay. Ne, du kannst ja auch einfach so mit der Maus hingehen. Und dann erst in den Kreis und dann nach außen ziehen. Dann musst du auch treffen. Genau. Ja, okay. Danke für den Tipp. Der war gut. Ja. 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 weiß ja vielleicht weiß ich nicht bisschen zu stark glaube ich doch das kann noch treffen oder ne ne oh das klappt nicht ich hatte auch noch eine Glocke und noch eine Reva also ich hatte noch ein paar Spray Schnüsse dann würde ich aber sagen was von der Folge wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne Daumen hoch oder ab und lassen und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten video. Ciao